Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei AOEAH.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich die Gewinner der Hardcore Verlosung ausgewürfelt und da es hier wieder möglich und so schön bequem ist mit dem Comment Picker. An alle die das letzte Video zum Überraschungsevent noch nicht gesehen haben, sollten da auch mal reinschauen. Wenn ihr eines der letzten 10 Videos kommentiert hattet, kann es sein, dass auch ihr etwas gewonnen habt. Es haben sich jedenfalls noch nicht alle Gewinner gemeldet. Nun aber zur Hardcore Verlosung. Als erstes geht ein kleines Runen Paket weg, 5 Lum, 2 Lem, 3 Um und 1 Mal, was wir halt so zuletzt gefunden haben. Und zwar gehen die raus an... Mega Bakura. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes ein kleines Unique Paket. Das besteht aus einem Anni, 2 Sunda Charms, Aufgehende Sonne, Ondals und einem Arach. Dieses Paket bekommt... Phil. Herzlichen Glückwunsch. Tut mir leid, dass da nichts für einen Barbaren dabei ist. Eventuell kannst du dir aber einen Ariats und ein paar andere Sachen ertraden. Dann geht es weiter mit einem Amma Starter Kit, bestehend aus Titans, Liedlose Wand, Donner Gods, Felsstopper, Durils Schale, Seraphs Hymne und einer Burisa. Das bekommt... Fuchs L. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes ein Paladin Starter Kit. Das besteht ebenfalls aus einer Durils Schale, einem Verdungos, Gulli Helm und einem Grief. Das ist zwar echt low gerollt, aber ein Grief funktioniert immer. Das Paladin Starter Kit bekommt... Lens Fun Dance. Herzlichen Glückwunsch. Bevor es mit dem Hauptgewinn weitergeht, möchte ich euch noch schnell darüber informieren, dass es von Holy wieder eine neue fruchtige Sorte gibt. Und zwar Raspberry Vanilla. Wie immer 0% Zucker, 100% Geschmack. Sichert euch 5 Euro Erstkaufrabatt mit dem Code Gipfel5 und nutzt den Link in der Beschreibung. Nun zum Hauptgewinn. Das Zauberinnen Starter Kit. Das besteht aus einem kompletten Talrasha Set, Kälte und Feuersunder Charm, sowie zwei Feuer Facetten. Der Gewinner heißt... Mark S. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte die Gewinner sich nochmals unter diesem Video zu melden und mir ihre Discord oder Battle Tags zu schreiben. Und am besten auch die Plattform. Die Items sind alle im Hardcore Ladder Modus. Ich verabschiede mich damit für heute auch wieder. Macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Kommt schon. Folgt mir. Man-K routinex. Ummm Aus. Dietrich 3